Jetzt fahre ich nur noch mit dem Rucksack als Rückenprotektor. Jetzt fahre ich nur noch mit dem Rucksack. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist brutal. Durch die Bäume ist es sehr böig. Dann reißt er an, dann fällt er das Schirm runter mit den ganzen Bäumen. Natürlich nicht ideal. Und ich habe da also ziemlich gekämpft. Einmal ist er mir runtergefallen, zum Glück nicht in einem Baum. Also hier ist es lieblich im Vergleich. Ich bin da. Ich bin da. da